hallo liebe fünf freunde hier ist euer von 80 mit einem neuen unboxing video einer collectors edition und ich bekam ein paket von amazon schuldig das boxe zu psycho legacy collection und ihr fangst du hast die falsche gekauft die gibt eine große edition davon und ja ich weiß davon gibt es eine große edition und die hätte ich auch gerne aber die ist mir jetzt einfach absolut teuer ich blende sie immer ein so schaut sie aus und schaue durch extrem stark aus mit extrem vielen goodies drin und ja diese hätte ich auf jeden fall sehr gerne gehabt aber ist mir einfach jetzt nicht das geld wert was hier angeboten wird für knapp 52 euro glaube ich mal gesehen deswegen haben wir gedacht okay holen wir mal diese ultimative psycho collection her psycho legacy collection das sind ja auch alle teile drin und was will man mehr es geht jetzt mir erstmalig um den film ist natürlich klar und psycho ist einer von mitfall meinen lieblings alfred hitchcock film hallo nanu was ist jetzt hier los das war ja schon ein bisschen länger her die umgebung hat sich auf jeden fall verändert ich habe mich verändert bin älter geworden aber auch diese edition die ich euch hier gezeigt habe die psycho legacy collection der kleinen verpackung habe ich auch nicht mehr ja ich könnte heulen die ist weg aber dafür habe ich was anderes bekommen nämlich wieder schon im timeline gesehen habt die psycho legacy collection in der deluxe variation ihr seht ihr schon ein bisschen größer als mein kopf und ja wie es dazu kam diese box und doch in meinen händen zu halten denn ich habe gemeint in diesem alten video wo ich immer noch die normale psycho collection vorgeschraubt habe ist mir diese box so teuer gewesen und deswegen habe ich ihn zu einer kleinen edition gegriffen wo ihm nur die film enthalten sind aber vor knapp zwei wochen bekam ich eine e mail vom lieben max ein abonnent von mir der hat mich angeschrieben stefan ich habe gerade eben die psycho legacy collection deluxe edition hier vor mir liegen und musste feststellen dass die mir viel zu groß ist eine maße von knapp 31 cm mal 25 ich habe keiner was hinstellen soll und meine frau erschlägt mich wenn ich das irgendwo hinstelle ich habe gesehen du hast ja noch die kleine version davon wollen wir vielleicht tauschen ich wie wie bitte was du willst mit mir die kleine psycho collection tauschen zu mit der großen solche naja aber du weißt schon dass die wesentlich viel mehr wert ist als die kleine mini ja ich weiß aber du suchst dir ja und habt ein video gesehen wo ich jetzt gerade eingeblendet habe und was hältst davon dass wir sie tauschen mir geht es bloß um die filme du hättest gern diese box und sagen ja ok können wir schon mal ich bin kein großer freund vom tauschen ich muss da wirklich diese leute extrem viel vertrauen und ich kenne ja lili max nicht weiter aber ich muss dann doch da doch nachgeben okay komm mach mal eben aber was willst du dafür noch haben weil nur die normale die normale collection ist ja doch preislich doch unterschied ja ist kein problem steckt noch 30 euro mit rein und dann passt es ja ok dachte ich soll ich das wirklich machen es ist natürlich schon heiß ich bin echt kein großer freund vom tauschen ich tausche auch ungern na gut okay mach maß halt mit einem ängstlichen auge muss ich auch sagen habe ich auch verpackt meine psycho collection und habe halt eben noch 30 euro reingepackt und da habe ich ihm zugeschickt mal gucken ob ich sie bekomme aber der liebe max hat auch sofort geliefert und ich habe das paket hochgekommen okay shit es sind bloß steine drin weil es so schwer ist ich glaube es ist da keine psycho deluxe entwischen enthalten nur nur steine und ja aber alles gut lieber max vielen dank man kann doch sie noch auf manche menschen verlassen danke 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 dass du mir da ein bisschen doch wieder ein bisschen hoffnung in menschen gegeben hast ganz ehrlich denn ich habe wirklich wenig hoffnung für uns alle für die meisten menschen ganz ehrlich weil sie einfach nur noch egoisten sind und daran sich denken und das ist natürlich extrem ärgerlich und nervig aber liebe max hat sie mir zugeschickt und jetzt habe ich diese überragende edition zu einem echt extrem mega geilen preis vielen dank für diesen genialen preis denn ich muss leider sagen es ist wirklich wahnsinn diese box kostet jetzt noch gebraucht 100 183 euro und neu eingepackt kostet bei amazon habe ich immer geguckt 289 euro völlig verrückt also ich niemals dafür gezahlt aber für diesen tausch und 30 euro damit kann ich extrem extrem gut leben und was hier alles enthalten ist ist einfach nur bombastisch vom inhaltlichen her von den disks her ist eigentlich gleich wie auch schon die normale legacy collection die ich vorgestellt habe wie gesagt gibt hier eben den ersten teil psycho 1 auf der in dieser box auch in dieser und auch in der kleinen box ist eben hier im psycho in erstmalig in der anker fassung hervor liegen von alfred hitchcock dann gibt es in psycho 2 psycho 3 psycho 4 dann auch noch mal hier dann die deutsche anker fassung von psycho ohne noch das remake von 98 gibt es auch noch dann gibt es auch noch hier eben dann bates motel von 87 und noch dann psycho legacy ebenfalls noch meine riesengroße dokumentation also es ist unmöglich enthalten ohne noch auf der disk 8 78 schrägstich 52 aus der 2017 also hier ist ein rundum säuglos paket enthalten aber hier gibt es noch kleine weitere goodies und da gucken wir jetzt mal an und ich muss wirklich sagen ich habe hier schon mal reingeguckt und ich war wirklich wow überrascht was hier turbine gemacht hat nämlich eine echt absolut fantastische sonne dazu zu einer überragenden zu einem überragenden film also vor allem psycho 1 ist hier wirklich für mich eine der besten alfred hitchcock filmen und ich freue mich jetzt auch die nochmal alle komplett anzugucken ich muss aber auch gestehen ich habe auch die psycho legacy collection wo ich gehabt habe noch nicht angeguckt habe also auch die war komplett neuwertig und würde mal sagen wir gehen jetzt einfach mal in die ego perspektive über und gucken uns mal diese überragend geniale box auch mal von innen an es könnte sein dass er ein bisschen alles weg nach oben gestellt ist einfach aus dem grund die box ist wirklich sehr sehr groß und von daher könnte es sein dass ein bisschen die kamera perspektive ein bisschen weiter oben ist als sonst und wir gehen jetzt direkt in die ego perspektive über mit dem schriftzug von psycho und da sind wir auch schon in der ego perspektive mit psycho legacy collection in der deluxe variation und hier noch mal wahnsinnig geile box ihr seht ihr schon wie groß das teil hier ist und die box kam aber auch schon am 31.01.2019 in den handel heraus ich habe sie ja schon mal bei müller stehen sehen aber ich habe sie vergessen mitzunehmen der originalpreis von dieser box war damals 99 euro und das muss ich hier klipp und klar sagen war ein absolutes schnäppchen für diese überragenden box mit diesem inhalt was wir gleich sehen werden ist wirklich ein schnäppchen gewesen dann im laufe des nächsten jahres gab es dann für 150 euro auch das war noch vollkommen in ordnung für diesen preis aber jetzt ist es einfach viel zu teuer vom cover design her ist auch identisch zu der kleinen box auch hier eben mit dem gullideckel hier wo eben hier das blut reinläuft haben wir hier bates motel und auch hier normen bates und hier in den nebelschwand haben wir hier noch mal eben dann die großmutter die eben jetzt hier gerade mit dem messer die bekannte duschszene eben jetzt hier dargestellt wird und muss wirklich sagen das ganze motiv hier wirklich extrem stark einziger kritikpunkt wo ich jetzt hier wirklich habe ist man hätte auch eben hier diesen kompletten schriftzug als prägung machen können hätte das ganze ein bisschen aufgewertet aber ansonsten muss ich wirklich sagen ist eine wunderschöne edition mit einem wunderschönen design wie ich finde auch hin und mal dann mit unterschrift mit dem künstler davon also auch hier wirklich ein sehr schönes teil die ganze box ist auf 3636 stück limitiert wir haben auch hier ein echtheitszertifikat mit dabei in dieser box und auch das werden wir im laufe dieses videos auch mal angucken wir drehen es jetzt hier mal rum und ihr seht ja schon so breit ist die box circa 7 cm dick das universe logo ist hier oben dann haben wir hier psycho legacy collection deluxe edition und hier das turbine logo und das blut das logo und hier auf oben auch noch mal ebenfalls und auf der anderen seite auch noch mal so auf der rückseite haben wir hier noch mal dann das komplette inhalt noch mal zu der box wo ich schon vorgelesen habe die ultimative psycho collection eben hier disk 1 2 3 4 5 6 7 8 haben wir hier enthalten alles komplett mit inhaltsangaben dann extra kann man kurz auf pause drücken müsste ich auch lesen können hier eben von disk 1 bis disk 3 dann haben wir eben hier dann die extras zu psycho 3 4 und die weiteren teile noch hier oder eben hier psycho legacy das ganze komplette bonus material dann bates motel und dokumentation 78 schrägstich 52 von 2017 und erfüllen wir hier noch mal komplett dann noch die credits und die ganzen wichtigen informationen der barcode und unnummer ist universal und das turbinen logo so viel schon mal zu dem außenbereich von dieser wunderbaren box und man macht jetzt hier mal runter ihr seht ja schon auch fast so wie fast keine beschrieben an der box also hier auch sehr gut erhalten und noch mal hier vielen dank an dich lieber max für das wunderschöne exemplar wo ich hier bekommen habe von dir so weiter geht es jetzt hier kommen wir schon mal gleich mal zu dem hotelregister und da haben wir schon mal ein hardcover buch einzige gedick wo ich habe es wirklich sehr schwer rauszuholen das ganze deswegen mache ich jetzt hier mal ganz kurz so und haben hier erstmal ein tür schild please don't not disturb von bates hotel da haben wir hier noch mal die rückseite stop the desk during your absence also auch schon mal ein sehr schönes guti dazu wo man auch reinhängen kann aber natürlich platz natürlich hier enthalten so viel schon mal dazu da haben wir hier einige poster machen wir erstmal die discs und ihr seht ihr schon von der aufmachung her sind sie wirklich identisch wie auch schon von der kleinen box denn in der kleinen box haben wir wirklich hier nur diese beiden enthalten und so groß ist auch ungefähr denn die box also hier einfach mal zum vergleich wie groß die box ist das ist eben jetzt hier die box ein bisschen natürlich größer ist natürlich schon die kleinere aber ihr seht ihr schon das stück hier oben ist auf jeden fall was fehlt und wir nehmen auch hier mal kurz auf seite einfach aus dem grund wir brauchen hier wirklich sehr viel platz für das ganze und hier nochmal kurz ich seht ihr schon das mit schaumstoff ausgelegt damit hier auch nichts beschädigt wird aber zum rausholen ist es wirklich ein bisschen schwieriger einfach aus dem grund dass hier kein bändchen wo man eben das ganze hier rausklappen könnte so wir fangen erst mal an mit den filmen erst mal die ich schon mal gezeigt habe in der kleinen box wir fangen erst mal mit den filmen an legen wir kurz hier auf seite das ganze und haben hier im psycho die filme mit auch nochmal hier eine schwarz weiß foto mit norman bates und dem hotel dazu der schriftzug hier unten ist in rot gehalten und die filme in weiß dann schaut das ganze jetzt so aus und wir haben auch hier ein zusammenhängendes motiv wir können hier komplett umgehen wie ihr seht und auch hier geht es auch immer weiter auch hier nochmal die komplette inhalt nochmal zu den ganzen vier filmen mit der ausstattung und mit dem ganzen bonus material und laufzeiten haben wir hier und haben wir hier nochmal dann psychologie 3 und 4 und eben dann tonformat mit bonus material laufzeiten ihr seht ihr schon das ist wirklich einiges an bonus material mit hier enthalten und dann können wir auch hier den schub raus machen und hier haben wir bates motel rot und so schauen schon mal erst mal dann die vier disks aus psycho 1 2 3 und 4 hintergrund ist ohne ohne den schlüssel also seht ihr seht ihr schon hier ein schwarz weiß regen im hintergrund was sie auch hier wirklich sehr schick finde und auch hier seht ihr schon was wir hier noch auffällt und zwar bei den schlüsseln seht ihr das wir haben hier erstmal bei dem ersten mir kein eingriff hier haben wir psycho 2 3 und 4 also cool idee muss ich sagen finde ich stark und auch noch mal die rückseite von den disks dieses hier so aus also auch hier ein schönes zusammenhängen hintergrund motiv zu einigen sehen aus dem film also auch hier sehr stark gemacht sowie schlagen wieder zusammen das war schon mal dass die gebruch zu den filmen und dann packen wir das hier wieder rein und legen es auch direkt auf seite denn wir brauchen wie gesagt sehr viel platz für das weitere bonus material und dann geht es eben hier psycho das vermächtnis auch hier noch mal ein schönes schwarz weiß foto hier nochmal hier normen bates damit eben hier den dusch vorhanden hier in der bild das messer auch hier schriftzug ist in rot gehalten auch das hier geht wieder ringsum um den schub herum oder haben wir hier noch mal dann die inhaltangabe zu den ganzen extras mit dem psycho anka deutsche fassung hier eben auch 1960 mit der ausstellung hier nochmal dazu dann hier dann der remake dazu und bates motel und hier dann psycho legacy also auch hier wirklich unmenge an dokumenter extras dabei interviews entferntes sehen und noch vieles mehr und immerhin dann noch dann der 78 52 dokumentationsfilm und hier die ganzen extras ebenfalls enthalten mit sehr langen laufzeiten psycho legacy 322 minuten bonus material also hier können wir sich auf jeden fall wirklich extrem satt sehen zu zu einem legendären film und dann schlagen wir auch hier auf zu den disks da ist eine lose gegangen aber das ist nicht so schlimm die machen wir einfach hier rein und auch hier geht es auch direkt weiter mit der schlüssel haben wir hier die disk 5 die disk 6 die disk 7 und auch hier noch mal ein disk 8 also auch hier wieder genauso schön gemacht worden wie auch schon bei den ersten vier disks und auch hier haben wir wieder ein sehr schönes background bild komplett aus verschiedenen szenen auch hier mal einfach in rot gehalten auch das schon wirklich sehr sehr stark aus gefällt mir auch richtig gut und so zu sagen sind ja auch hier mit dem diski schon mal durch und auch die lege ich mal kurz auf seite so dann geht es nun weiter mit diesen hier nochmal hier der tür anhänger please don't disturb euch schon kurz gezeigt und dann gibt es hier noch eben eben zu allen teilen eben hier poster wie ich aber erst aufzeigen werde erst in normalen perspektive weil der wirklich sehr groß sind ihr seht ihr schon das sind ja wirklich alle von jedem film ein poster mit dabei zu jedem einzelnen film wahnsinn dazu gleich später mehr und dann gibt es hier ein notizblock zu bates motel helfen nice and quite time of the road und hier hier seht ihr schon ein notizblock von bates motel hier oben auch nochmal mit dem logo sogar dazu und hier eben for your comfort and pleasure sogar mit der adresse davon sollte man mal hinfahren so und jetzt kommen wir wirklich zu dem highlight von dem ganzen diesen denn wir haben hier eben das hat cover buch also hier hotel register und das noch die weiterhin gute sie mit reingepflegt werden vor worden von mir einfach aus dem grund damit sie eben nicht verloren gehen und damit auch hier gut aufgeräumt ist und bevor wir eben zum buch kommen gibt es erstmal hin und an die limitierungsnummer eben das zertifikat ist eine streng limitiert auf 3636 exemplare und wird nur einmalig aufgelegt und hier mit limitierungsnummer 762 und auch hier ein schönes dafür doch im hindergrund und zwar eben noch eine postkarte welkom in california bates motel auch hier so schon auf alt gemacht finde ich wirklich sehr sehr schick das ganze und macht auf jeden fall einiges her wie ich persönlich finde ja das ist schon mal das zertifikat und die die postkarte cool gemacht und dann gibt es hier noch ein paar schöne schwarz-weiß art cards von dem hotel eben noch mal in schwarz-weiß das hotel dazu dann haben wir hier das schöne foto mit dem schaukelstuhl auch das motiv ist wirklich gestochen scharf die rückseite dann haben wir hier norman bates das ganze schaut hier so aus dann haben wir hier alfred hitchcock und auch hier nochmal alfred hitchcock ich kann auch den film empfehlen hitchcock da geht es mir auch über die entstehung des films psycho auch das auf jeden fall angucken mit helen mirin und anthony hoppkins und hier die legendäre dusch szene und ich habe jetzt richtig bock diese filmreihe anzugucken so ok so wie schon mal zu den art cards von der großen deluxe edition und weiter geht es eben hier noch mit ein paar briefe die geschrieben wurden in teil 1 auch hier nochmal mit sam lumis hardware wer wer will california einmal hier das hier dahinter nichts mehr drauf gedruckt und dann haben wir hier den nächsten text die handgeschrieben texte dazu dann haben wir hier liebste marion ich sitze in dem zimmer hinter dem laden neulich war es für uns beide zu klein heute ohne dich erscheint es mir riesengroß und leer jetzt weiß ich dass wir hier leben und glücklich sein können so ein abend geschrieben und wir haben hier noch mal den selben text fest ich glaube das gehört nicht so aber gut ist nun mal so jetzt so viel schon mal dazu zu den kleinen briefchen und jetzt kommen wir noch zu dem booklet also hier aufgebaut wie das hotelregister aber es ist natürlich jetzt hier nicht nur ein bisschen text dabei sondern wirklich ein komplettes buch ihr seht ihr schon wirklich sehr schön gebunden schaut sehr hochwertig aus das ganze und die rückseite noch mal dazu und dann schlagen wir jetzt hier mal auf und auch die seiten auch hier sehr stabil die psycho akten von tobias hohmann geschrieben und hier gibt es schon mal eine kapitel übersicht was hier alles schönes drin steht also hier ihr seht ihr schon wir haben über 120 seiten kapitel übersicht die psycho akten einleitung dann geht es eben im psycho dann psycho 2, Psycho 3, Bates Motel Psycho 4, das Remake, Nachwort und Danksagung und noch die Quellangaben und hier blenden wir jetzt mal kurz durch und ihr seht ihr schon sehr groß geschrieben hier auch auf mehreren zwei Zeilen auch zwei Spalten aufgeteilt und auch hier mit schönen schwarz weiß Fotos von John Wayne und Marilyn Monroe und hier eben Alfred Hitchcock mit weiteren Filmen im Fensterhof auch ein überragender Film auch diesen Film unbedingt mal angucken und hier eben geht er los mit Psycho am Anfang war das Buch und hier sogar Robert Bloch und hier geht es dann los Kreativität und Business Andy Perkins wir bleiben jetzt mal kurz ein bisschen schneller durch weil sonst wird das Video glaube ich zu lange gehen wenn ich über jedes Bild hier was erwähnen werde also ihr seht ihr schon hier auch nochmal hier der Hinweis von Hitchcock USA 2012 hier mit Andy Hopkins und Helen Mirren wie ich gesagt habe auch dieser Film unbedingt mal in einen Blick riskiert ein sehr starker Film wie ich finde und deswegen geht es eben hier um Janet Lee die Darstellerin und wir machen jetzt einfach ein bisschen schnell durch Lauf es ist wirklich extrem viel Text und auch extrem schön gestalt das ganze hier auch also wirklich wahnsinnig viele Informationen über diese Entstehung des Films von dem Legendären Psychofilm Wahnsinn und hier ist es wirklich hier eine Szene für die Film Ewigkeit auf jeden Fall dann haben wir hier ein weiteres Bild dann haben wir hier ein weiteres Bild wow wirklich wahnsinnig das ist wirklich hier einfach nur fantastisch wie ich finde und nochmals danke an dich liebe Max dass wir es getauscht haben denn Vögel auch ein sehr geiler Film die Psycho Langfassung und dann geht es weiter mit Psycho 2 da muss ich wirklich sagen ich habe diesen Film glaube ich höchstens und ein einziges Mal gesehen also da kann ich mich wirklich so gut wie fast nicht mehr daran erinnern an diesen Film dann hier Richard Franklin keine Kinoblücke von Norman Bates dann hier Tom Holland Cast & Grew die drei beiden nicht ohne Spannungen ein paar Szenenfotos Hintergrundinformationen noch zu dem Film dann weitere Kinoplakate dann haben wir hier Psycho 3 Sequel Money in 80er Jahren auch hier wieder mit Anthony Perkins dann gibt es hier eben dann die wandernde Psycho Kulissen auch hier ist der Informativ dann hier die Dreharbeiten mit Einschränkungen nochmal Anthony Perkins ein paar Behind-the-Scenes Fotos Nachdrehs und Release dann geht es hier weiter mit dem Bates Motel der Flop und seine Folgen habe ich auch nie wirklich gesehen auch im dritten Teil muss ich auch sagen glaube ich habe ich höchstens auch ein einziges Mal gesehen und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern dann hier Psycho 4 The Beginning erneuter Versuch im Fernsehen auch hier nochmal mit Anthony Perkins 30 Jahre alte Ideen Kämpfe in der Präproduktion also ihr seht ihr schon es ist wirklich ein umfangreiches Buch dann hier Besetzung mit Überraschungen ein anderer Drehort das Bates anwesend wurde für Psycho 4 in Florian komplett neu gebaut Wahnsinn also ihr seht ihr schon es ist trotzdem extrem viel Arbeit dahinter reingesteckt und dann der finale Abgesang dann nehmen wir Bates Motel die Serie die aber hier nicht mit dabei ist dann kommen wir jetzt hier noch zum Remake ist wirklich eigentlich eins zu eins wie auch schon das Original aber da muss ich echt sagen ich ziehe auf jeden Fall das Original vor da auf jeden Fall und auch hier mit Vico More Tencent in eine Hauptrolle und Juliane Moore dann haben wir hier künstlerische und finanzielle Bankrott na das ist doch schon mal stark da haben wir hier noch das Psycho Nachwort hier nochmal das schöne Motiv was wir auch schon auf dem Cover haben und hier nochmal dann die letzten Seiten die Danksagung, die Quellangabe und hier die Weblinks und hier nochmal dann die Credits zu den einzelnen Disks auch hier und hier Front Art Work wurde gemalt von Jean-Baptiste Schwart also hier wirklich wunderschön gemacht und hier nochmal dann der Schluss und so sind wir jetzt auch schon komplett durch mit dem überragenden Buch zu dem Hotel Register wo eben eine komplette Geschichte oder zumindest die komplette Geschichte über die Psychofilme enthalten ist also wirklich ein hervorragendes Buch und darauf freue ich mich schon sehr das durchzulesen wenn ich mal Zeit dazu finde so das war es erstmal mit der großen Box von Psycho und wir gehen immer ganz kurz zurück zum Hauptschirm und dann gibt es noch zum Schluss die kompletten Poster zum angucken und zwar jetzt gleich in normalen Perspektive bis gleich ja liebe Filmfreunde das war nun die Psycho Deluxe Edition und was soll ich sagen was für eine überragende Box und jetzt gibt es noch für euch die Poster weil ihr seht schon ich bin wesentlich kleiner als sonst denn ich muss die Kammer auch höher stellen einfach aus dem Grund es sind riesengroße Poster dabei also vor allem das erste Poster wo jetzt hier ist komplett in schwarz-weiß und zwar das ist hier Norman Bates und die Eule das ganze ist hier echt wirklich die doppelte Größe von normalen Postern haben hier oben die Eule und haben hier eben Norman Bates in schwarz-weiß gehalten das ganze und auch das wirklich ein sehr scharfer Druck auch wenn wir hier näher rangehen der Druck ist hier wirklich extrem gut geworden und das ist schon mal hier das größte Poster von den ganzen fünf und dann geht es los mit dem original Kinoplakat hier von Alfred Hitchcock Psycho von 1960 das ganze sieht hier so aus mit roter Schrift und neuer Schocker von Alfred Hitchcocks in bunt und Farben hinten drauf ist aber mit drauf gedruckt und auch das kann auch wunderbar wieder zusammenfalten dann gibt es noch den zweiten Teil hier als Poster eben hier Alfred Anthony Perkins in Alfred Hitchcocks oder zumindest in Psycho 2 auch hier ein sehr schönes Poster das müsste denke ich mal DIN A1 sein bin mir ganz sicher und das ganze große schwarz-weiße das ist noch größer also die doppelte Größe als diese hier dann geht es hier weiter mit dem dritten Teil und das sieht hier so aus auch sehr schön wie ich finde Norman Bates scheint wieder normal zu sein aber seine Mutter der spannendste von allen und dann noch den letzten Teil und zwar Psycho 4 The Beginning und das sieht hier so aus nicht ganz so schön wie die anderen wie ich finde aber auf jeden Fall auch sehr cool dass auch hier ein Poster mit dabei ist aber vom Remake wäre auch cool gekommen wenn da auch ein Poster mit dabei gewesen wäre und ja das war nun die komplette Box von Psycho in der Limited Deluxe Edition ich bringe mal kurz alles rein habe schon alles fertig gemacht vorhin noch Deckel drauf und ich kann mich ein bisschen nach unten stellen damit ich mich auch hinsetzen kann seht ihr jetzt sitze ich auch schon da und ja was soll ich sagen diese Box ist wirklich ein absolutes Meisterwerk und ich bin wirklich sehr sehr froh jetzt diese Box in meinen Händen zu halten und mal hier vielen 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 Dank an dich lieber Max dass wir diese Tauschung gemacht haben vielen vielen Dank noch mal echt also wirklich ich hatte am Anfang Angst gebe ich zu aber ich bin nicht enttäuscht worden von dir vielen Dank vielen Dank vielen Dank und ich hoffe auch du hast jetzt ganz viel Spaß mit den Filmen in der kleinen Box und somit ist jede von uns beiden glücklich ja das war auf jeden Fall die Deluxe Edition von Psycho Legacy Collection ich muss echt sagen es ist wirklich eine Deluxe Edition die seinesgleichen sucht nochmal hier vielen Dank auch an Turbine für diesen überragenden Teil echt extrem stark geworden ja habt ihr auch diese Box zu Hause was sagt ihr denn zu dieser Box also ich bin wirklich sprachlos und bin einfach nur begeistert und ja das war es erstmal von mir wie gesagt zu kaufen wirklich sehr sehr schwierig nur noch extrem teuer ich für meinen Teil würde niemals so viel ausgeben also für diesen Preis was ich jetzt hier gezahlt habe also getauscht habe das ist echt einfach nur überragend und ja das war es von mir bleibt bis dahin schön gesund Tschö mit Ö und Piep bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020